Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum vorigen Abend, Ihrem persönlichen Marktausendrückblick. Mein Name ist Dennis Göttler und wir haben Montag, den 22.12.2014. Es ist 19 Uhr, ganz genau. Wenig tatsächlich heute, wenig Volatilität in den meisten Basiswerten, zeigte sich mehr oder weniger eine lustlose Seitwärtstendenz. Ist auch klar, die meisten Händler sind im Urlaub bzw. es geht Richtung Feiertage und da ist natürlich dann nicht mehr allzu viel zu erwarten. Die meisten Geschäfte sind schon abgeschlossen und kurz vor Weihnachten, großartige Bewegungen werden da vermutlich nur noch durch mehr oder weniger sehr bedeutende Nachrichten hier bewirkt. Und das ist in dem Fall hier gar nicht weiter schlimm, denn die Setups letztendlich behalten ja dennoch ihre Gültigkeit. Zur Erinnerung, wir haben hier den Australisch-Toller, Schweizer Franken auf dem Stundenchart. Australisch-Toller relativ schwach, momentan hier seitwärts. Ein Bruch der Marke von 0,79,79 sollte hier erstmal zumindest kurzfristig bis in den Bereich von 79,30 und oder sogar 78,63 führen. Also hier der Short-Ausbruch wäre aktuell noch zu bevorzugen, weil eben auch der Trend übergeordnet noch weiterhin Short ist. Und von daher ist hier die Short-Seite hier noch stärker im Fokus. Einzige Situation, die wir momentan haben, ist eben hier, dass wir kurz vor dieser steigenden Trendlinie sind auf dem Wochenchart. Und das begleitet letztendlich auch den Australisch-Toller weiterhin, denn das mindert nämlich unter anderem die Short-Qualität des seitwärts gerichteten Setups hier auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Hinweise, denn hier der Durchbruch durch die 0,93,80er Marke, der ist auch interessant. Allerdings eben auch nur dann, wenn wir gerade mal die Zeiteinheit wechseln, auf den Wochenchart gehen, dann ist er auch nur deshalb interessant, weil wir hier nicht nur ein neues Tief generieren, sondern auch noch hier dieses Zwischentief. Wann war das? Aus dem ähnlichen Zeitraum, aus dem Dezember letzten Jahres hier brechen würden. 0,94,11 ist aktuell da die Unterstützung und darüber hinaus natürlich auch die steigende Trendlinie hier brechen würden. Und deswegen ist dieses Setup hier durchaus relativ interessant, weil der australische Stoller, Kanadische Stoller, der Schweizer Franken, sorry, hier in dem Bereich, da ist die Situation so, dass wir hier eben noch nicht diesen Durchbruch dann gleichzeitig sehen würden. Von daher ist das Setup mit Vorsicht zu genießen, dann vermutlich eher australische Stoller, kanadische Stoller, Short beim Durchbruch hier der 0,94er Marke, 0,93,80. Aber auch nur dann, weil diese steigende Trendlinie kann eben auch zu einer untergeordneten Trendwende führen, was übergeordnet hier meine Korrektur darstellen würde. Und wenn wir jetzt gerade mal hier auf den Chart gehen, dann stellen wir fest, das natürlich, das reicht noch nicht aus für eine Trendwende, untergeordnet in keinem Fall. Aber wenn er hier eben jetzt ansteigen würde über 0,96,45, wäre das, auch wenn er schwach ist, ein Kaufkandidat. Das heißt, sollte der Durchbruch hier unten nicht kommen, wäre eventuell tatsächlich dann auch die Longposition hier möglich. Vorausgesetzt eben, wir erreichen dieses Kursniveau. Das zum einen, Alternative wäre Durchbruch Short unter der 0,94er Marke. Australisch Stoller, US-Dollar. Nächster Kandidat momentan hier weiterhin übergeordnet, als auch untergeordnet abwärts gerichtet. Und ja, interessant ist natürlich auch hier nochmal, Moment, den müssen wir noch mit einzeichnen. Interessant ist auch hier natürlich eine Short-Position beim Bruch der Seitwärtsphase. Ich habe es aber bereits schon eingezeichnet hier auf dem Wochenchart. Hier haben wir ein markantes Tief. Das ist bei der 0,8064. Und das aktuell unterstützt hier den Preis noch. Und darüber hinaus haben wir dann das 61,8er Retracement. Also hier müssen wir auch wieder differenziert vorgehen. Was mir prinzipiell eben nicht gefällt, ist, dass direkt unter dem Ausbruchsniveau eine Unterstützung liegt. Ähnlich ist es ja im Australisch Stoller, Schweizer Franken auch. Da haben wir zwar auch hier die untergeordnete Seitwärtsphase. Ist schön und gut. Und wenn die bricht, sollte das eigentlich zu fallenden Kursen führen. Aber eben auf dem Wochenchart noch eine kleine Unterstützung. Das heißt, der Australisch Stoller ist schwach. Und da ist es natürlich jetzt so, dass wir uns versuchen, die optimalste charttechnische Situation herauszusuchen. Und die ist aktuell im Australisch Stoller, Kanadisch Stoller vorhanden, meiner Meinung nach. Australisch Stoller, US-Dollar ist meiner Meinung nach hier ein wenig schwieriger. Denn er kann hier durchaus abprallen nach dem Shot-Durchbruch und dann tatsächlich wieder hochziehen. Also daher bleibt vermutlich nur die sicherste Variante übrig, wenn überhaupt eine Long-Position über 0,82,12. Ist aber momentan gegen den übergeordneten Trend. Dann zum Thema Euro-Kanadisch-Dollar. Wir sind in einem aufwärtsgerichteten Trend auf Monatsbasis. Jetzt aktuell in der Konsolidierung gewesen. Ausgehend von 1,56 sind wir jetzt hier knapp 1.700 Pips nach unten gekommen. Ich meine, immerhin ist der auch durchgestiegen. Seit wann? Hier das war Januar 2013 von 1,30. Naja, der ist auch 2.600 Pips konsequent im Jahr 2013 durchgeschossen. Also ich glaube im Nachhinein, das war einer hier neben den Yen-Paaren natürlich einer der deutlichsten Entwicklungen, wie man hier ja sehen kann. Nun gut, das ist jetzt eine sehr interessante Situation. Kommt es zu einem Bruch der 1,38, 31er Marke? Ist noch ein bisschen her, könnte sich die Konsolidierung deutlich ausweiten. Aber das spricht natürlich auch für ein mögliches Ende der Konsolidierung. Und die Frage ist ja dann, wie kann man damit umgehen? Und wo sind da die wichtigen Marken? Nun, wenn wir ein paar Trendstufen runtergehen, sehen wir hier in dem Bereich langsam, langsam, dass sich da etwas tun könnte. Hinsichtlich einer möglichen Trendwende. Und da ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, ob wir nicht hier dieses Widerstandslevel nach oben hin aushebeln könnten. Das wäre technisch gesehen, für mich würde das ausreichen. Und das wäre hier konkret die Marke von 1,43. Wenn die fällt, nach oben hin oder gebrochen wird, dann könnten wir hier die 1,43, 70 sehen. Beziehungsweise dann schon in Richtung Vorwochen hochlaufen. Das wäre hier so das erste Indiz. Also Euro-Cut kann man sich ja mal anschauen. Euro-S-Dollar, keine Short-Position. Aufgrund der übergeordneten Wochensituation zu stark unterstützt. Aktuell jedenfalls noch. Bei einem Durchbruch ist erst die 1,20, 60 oder die 1,19 zu erwarten. Aber aktuell ist er gut unterstützt. Könnte hier untergeordnete Trendwende einleiten. Macht zwar jetzt aktuell nicht viel, aber über der 1,23, 10er Marke könnte es hier auch sehr, sehr interessant werden. Gut, britisch Pfund, US-Dollar. Genau, tut sich nichts. Weiterhin seitwärts Positionen werden hier erst dann bezogen, wenn sich hier der britisch Pfund US-Dollar auch auf Tagesbasis aus dieser Range heraus entwickelt. NZDUS-Dollar pendelt momentan seitwärts, beziehungsweise in einem leicht bullischen Keil. Hier tut sich wenig, solange wir uns in diesem Keil, beziehungsweise und oder in dieser Seitwärtsphase befinden, ist mehr oder weniger auch mit keiner Richtung zu rechnen. Und das zeigt sich hier seit dem 15. September. Wir haben hier eigentlich übergeordnet eine Short-gerichtete Situation in dem Fall, weil wir hier auf dem, na das wollten wir nicht, auf dem Wochenchart, weil wir hier diesbezüglich eigentlich diese guten Unterstützung alle gebrochen haben. Und von daher ist es so, dass wir momentan noch vorsichtig sind, aber wenn überhaupt Long-Positionen, dann hier über diesem Keil. Und wenn Short-Positionen, dann entweder über oder unter, ansonsten leichte abwartende Haltung bezüglich dem Kiwi. Was den DAX anbelangt, hier ist es so, dass wir bullisch weiterhin laufen. Wir hatten zwar jetzt eine kurze Konsolidierung, 9.925,8 Punkten. Das war hier der Widerstand, an dem sind wir permanent gescheitert. Und das war auch vor allem das Hoch der letzten Woche. Und diesbezüglich ist es in dem Fall so, dass wir hier dann eher die Kaufpositionen bevorzugen, hier in dem Fall, bevor wir da gegen den untergeordneten Trend agieren. Also hier momentan auch weiter steigende Tiefpunkte, was positiv ist, mit steigenden Hochpunkten untergeordnet, als auch übergeordnet. Und auf der kurzfristigen Zeiteinheit ist konkret hier die 9.930er Marke zu nennen. Erstes Kursziel dann 9.990, 10.000er und in Folge dann die 10.100er. Und dass da wie gesagt noch deutlich Platz nach oben ist, das sieht man am Russell, der Marktbreite Russell hier. Wenn der erstmal letztendlich hier aus Sicht aus der Seitwärtsphase letztendlich nach oben hin entwickelt, dann könnte das nochmal einen richtigen Schub geben. Und von daher, sicherlich wir sind jetzt an der oberen Begrenzung. Das muss man auch klar sagen. Erst ein Durchbruch bestätigt hier das Signal. Das sollte man im Hinterkopf behalten, weil solche Seitwärtsphasen, die werden länger fortgesetzt, als man denkt. Also von daher, wir sind noch übergeordnet long. Aktuell entspricht das dem Charakter einer Konsolidierung vom vorherrschenden, übergeordneten, aufwärtsgerichteten Trend. Aber eine Konsolidierung, wie gesagt, kann hier jederzeit erfolgen. Daher, wenn dann nur Ausbrüche in long Richtung und die dann eng gestoppt, falls es sich hier um dann die Fortsetzung der Seitwärtsphase handeln sollte. Von daher, erst der Durchbruch entscheidet, ganz, ganz wichtig. Und was den DAX anbelangt, solange letztendlich hier das Marktmuster so tendiert, kann man dagegen nicht anschorten, sondern dann sind eher noch untergeordnet long Positionen zu suchen. Halt immer in untergeordneter Trendrichtung, wenn man auf den kurzfristigen Zeiteinheiten unterwegs ist. Gut, das war es von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen früh wieder. Und bis dahin sage ich Good Trades, wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.